...90 Indic Montocassini, mit dem Malo Filmator zum Beispiel. Bis zum nächsten Mal. Das Ergebnis für Marlo Schumacher, Strafpunkt frei, die Zeit 45,40, somit die Siegerin der Prüfung. Sieger der Prüfung 17, Sprintprüfung Klasse A, zwei Sterne, wurde die Kopfnummer 290, Stindix Monte Cassini mit der Marlo Schumacher vom Ralfheim Rehmagen. Wir gratulieren dem Sieger und dem Platzierten und bitten um eine Ehrenrunde im Galopp. Das Ergebnis für Marlo Schumacher. Bis zum nächsten Mal.